Wir kommen zurück zur Lage der Liga nach diesem Revier-Derby 100 am 24. Spieltag in der Bundesliga. Dortmund und Schalke trennen sich 2 zu 2. Ein Unentschieden aus Dortmunder Sicht. Zu wenig für Schalke fühlt sich dieses Unentschieden wahrscheinlich wie ein Sieg an. Denn wir blicken auf die zweite Tabellenhälfte, was das im Umkehrschluss dann bedeutet. Wir sehen nämlich Schalke mit 20 Zählern punktgleich mit dem VfB Stuttgart und Hertha auf Platz 15 mit 21 Punkten auf der 15. Und Hoffenheim letzter mit einem Punkt weniger, aber auch einem Spiel weniger als Schalke weiter. Plötzlich ist die Schalker Hoffnung auf den Klassenhalt wieder ganz groß. Die ist nicht groß, die ist riesengroß, muss ich mal sagen. Und sie ist auch sehr real. Und die hat Schalke besonders einem Mann zu verdanken. Thomas Reis, und den begrüßen wir jetzt hier bei Lage der Liga. Schönen guten Morgen, Herr Reis, herzlich willkommen zur Lage der Liga. Und herzlichen Glückwunsch zu einem Punkt gegen Dortmund, der sich für Sie ja wahrscheinlich wie ein Sieg anfühlen dürfte. Ja, erstmal schönen guten Morgen. Ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn man sagt, er fühlt sich wie ein Sieg an. Natürlich vom Spielverlauf her. Ich habe ja auch gestern schon gesagt, dass Dortmund uns spielerisch überlegen war. Trotzdem hat meine Mannschaft eine Riesenmentalität gezeigt. Wenn du zweimal in so einem Spiel zurückkommst gegen so einen tollen Gegner, sind wir natürlich mehr als zufrieden mit diesem Punkt. Ja, Herr Reis, wenn ich mir so angucke, die Entwicklung von Schalke. Sie waren nach der Hinrunde sieben Punkte von einem rettenden Platz entfernt. Jetzt sind Sie schon vom letzten Platz weg. Ich muss mal einen Vergleich bemühen. Ich weiß nicht, ob Ihnen gefällt. Können Sie gleich sagen. Sie erinnern mich an die Lazarus-Geschichte. Jesus hat den gestorbenen Lazarus aus dem Grab geholt und zum Leben erweckt. Sind Sie der Heilsbringer von Schalke? Tue ich mir auch ein bisschen schwer. Im Endeffekt, wir haben einiges erreicht, dass wir überhaupt zurückgekommen sind. Dass wir die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Das war eine schwere Aufgabe. Wir sehen von Woche zu Woche, wie schwer es für uns ist, Punkte zu sammeln. Du musst immer ans Maximum gehen und musst dann natürlich auch hoffen, dass so ein Gegner wie Dortmund nicht alles abruft an diesem Tag. Und im Moment haben wir das Moment noch auf unserer Seite. Wir wollen natürlich schauen, dass wir das möglichst lange noch sehr offen gestalten. Weil wir wissen schon, dass noch sehr, sehr schwere Spiele vor der Brust haben. Herr Reiß, es war Revierderby Nummer 100 in der Bundesliga. Aber Ihr persönliches allererstes, zumindest als Schalke-Coach gegen den BVB. Wie groß war Ihre Anspannung? Haben Sie diese Rivalität am eigenen Leib gespürt, dass das vermutlich das wichtigste Spiel für die Schalker Fans zumindest der Saison ist? Natürlich ist es eines der wichtigsten Spiele, aber in unserer Situation ist jedes Spiel wichtig. Und ich habe ja auch gesagt, dass wir oder unsere Fans schon in der Saison sehr, sehr viel leiden mussten. Und du kannst natürlich mit so einem Spiel ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Mut, ein bisschen auch Selbstvertrauen für unsere Fans innerhalb oder für die Mannschaft zurückgeben. Und das ist uns gestern gelungen. Und deswegen war dieses Spiel natürlich unheimlich wichtig. Aber ich denke, dass man vor jedem Spiel angespannt ist, auch wenn die Rivalität hier sehr, sehr groß ist. Wir wussten, dass wir, wenn wir punkten, dass wir vielleicht auch wieder definitiv klettern können bis heute. Und es war wichtig, dass wir den Anschluss auf jeden Fall halten. Was mich gewundert hat, Herr Reiß, war eine Geste von Ihnen nach dem Spiel. Sie standen am Spielfeldrand und haben jeden Dortmunder Spieler abgeklatscht oder zumindest bei Handschlag begrüßt. Und warum macht man das? Es schließe sich der Erzrivale. Ja, das kann jetzt jeder sehen, wie er will. Also ich denke, dass ich Anstand habe, dass trotz aller Rivalität, dass das dazugehört irgendwo, dass man sich dann dementsprechend auch die Hand nach dem Spiel gibt. Natürlich wollen wir ein Spiel gewinnen. In den 90 Minuten gibt es natürlich auch keine Freunde. Aber nach dem Spiel, denke ich mal, kann man sich erhobenen Hauptes die Hand geben und kann dementsprechend entweder dem Gegner gratulieren oder man lässt sich auch natürlich lieber gratulieren. Und deswegen ist das meine Art. Und das ist mir dann auch egal, ob die Rivalität groß ist, weil das bin ich. Und so versuche ich dann auch respektvoll mit dem Gegner umzugehen. Und wie schaut es aus mit dem gegnerischen Trainer, also Ihnen und Edin Terzic? Wie groß ist da die Rivalität zwischen dem königsblauen Coach und dem der schwarz-gelben? Ja, auch da innerhalb der 90 Minuten ist die Rivalität groß. Aber ich finde, dass Edin fantastische Arbeit in Dortmund macht. Und man sieht ja, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich habe es letzte Woche am eigenen Leib erfahren, wie schnell Erfolg vergänglich ist. Jetzt ist es bei Edin so, ich meine, du kannst ja gegen Chelsea ausscheiden. Das waren auch teilweise unglückliche Umstände. Aber wenn man überlegt, was Chelsea im Winter investiert hat und ja, und jetzt sind sie trotzdem eher Jäger Nummer eins, haben jetzt ein Spiel gegen uns halt nicht erfolgreich gestaltet, zumindest nicht mit drei Punkten. Und da schon von einer kleinen Krise zu reden oder sonstiges, das finde ich einfach fatal, weil ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr gute Arbeit. Ich mag Edin, wir konnten das erste Mal ein bisschen mehr miteinander reden. Und ich habe absolut Respekt, wie auch die Dortmunder Mannschaft bisher durch die Saison führt. Und man weiß, was noch möglich ist. Und was haben Sie so gesprochen, wenn Sie das erste Mal ein bisschen mehr mit ihm reden konnten? Ja, wir haben natürlich so ein bisschen ausgetauscht, weil das Kuriose war, ich hatte ja auch schon mal in Bochum zehn Wochen lang die Frauenmannschaft trainiert und seine Frau war sogar Spielerin bei mir. Deswegen muss man beide ein bisschen schmunzeln, so klein ist die Welt. Und letztendlich haben wir auch darüber gesprochen, wie es jetzt auf Schalke ist. Er hat mich auch gefragt, wie es letzte Woche für mich persönlich war, mit der Sache erstmalig nach Bochum zurückzukehren. Und ich fand, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und ja, ich hoffe, dass noch viele Gespräche stattfinden werden. Und war seine Frau denn Stammspielerin bei Ihnen oder nicht? Ja, ich denke, dass sie sehr häufig gespielt hat. Ich meine, es waren nur zehn Wochen und auch da war es eine lehrreiche Zeit. Und letztendlich, ich denke, dass ich mich da auch sehr gut verhalten habe, sonst hätten wir vielleicht nicht so ein Gespräch geführt. Das scheint ja ein neuer Trend zu sein, Bundesliga-Trainer und Fußballspielerin. Terzic und Sie, das haben wir schon zwei zusammen. Wir wollen aber über ein Tor, das gestern gefallen ist, sprechen, beziehungsweise müssen wir, Herr Reis, und zwar das von Bülter. Denn nachdem er dieses Tor erzielt hat, wäre er fast über die Halterung der TV-Kameras gestolpert. Wir schauen uns mal gemeinsam das Foto zumindest dazu an. Das Bewegtbild können wir nicht sehen, aber das Foto, worum es denn ging. Das ist der Treffer von Bülter und anschließend ist er so über diese Kamera gefallen. Man stelle sich jetzt mal vor, mit ihr wichtigster Spieler hätte sich jetzt deswegen verletzt. Was haben Sie da in diesem Moment gedacht, als Sie das gesehen haben? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch erst nach dem Spiel gesehen, als ich gesehen habe, wie das Tor entstanden ist. Weil es ging natürlich nicht besser schnell im Spiel. Ja, man sieht, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Und ich bin natürlich froh, dass nichts passiert ist. Und ja, wahrscheinlich vor Wochen wäre vielleicht was passiert. Das ist dann auch immer manchmal nicht erklärbar, warum im Moment ja auch Bülter trifft am laufenden Band. Aber es ist natürlich, da muss man in Zukunft dann schon aufpassen, weil es für die Spieler unheimlich gefährlich ist. Und ja, es wäre schon fatal, wenn dadurch eine Verletzung riskiert oder wenn eine Verletzung passiert wäre. Und deswegen hoffe ich, dass man da auch in Zukunft besser aufpasst. Walter, man muss sich jetzt mal vorstellen, wenn Bülter sich da tatsächlich verletzt hätte und dann für mehrere Wochen jetzt Schalke im Abstiegskampf gefehlt hätte. Das wäre absolut fatal gewesen. Das wäre eine mittelschwere Katastrophe gewesen, weil Schalke ist nicht der FC Bayern, was die Kaderqualität angeht und ein Bülter, der in der Topform ist. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Und am Ende lagen sich alle Blau-Weißen in den Armen. Herr Reiß, normalerweise kennt man ja Schalke vor allem im Abstiegskampf als Pulverfass. Plötzlich scheint es aber sehr harmonisch zuzugehen auf Schalke, sowohl in der Mannschaft als auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans. Wie haben Sie das angestellt? Ja, wie hat man das angestellt? Ich meine, ich denke, dass ich auch in meiner Station vorher bewiesen habe, was unheimlich wichtig ist. Und wichtig ist einfach, wenn du qualitativ einigen Mannschaften unterlegen bist, dass der innere Kern einfach stimmt. Wir wissen, ob Schalke ist was Besonderes, ob sie medial ist, ein großes Interesse. Dass natürlich manche Dinge vielleicht auch mal nach außen dringen und das haben wir versucht, dementsprechend einzudämmen. Wir haben eine gute Harmonie, wir haben eine gute Kameradschaft, was unheimlich wichtig ist in unserer Situation, um überhaupt Erfolg zu haben. Und da kann ich auch nur Respekt zollen, ob es jetzt, auch wenn man jetzt gerade zwei Spieler ein bisschen hervorheben will, mit Simon Terrotte, der dazu beigetragen hat, dass Schalke 04 überhaupt wieder in der Bundesliga spielt. Oder Alex Schwolo, wo eine Entscheidung getroffen wurde von mir, auch auf der Torterposition mal einen Wechsel vorzunehmen. Die verhalten sich tadellos. Und das sind für mich Spieler, die das Gesicht der Mannschaft auch darstellen, die vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Aber für mich unheimlich wichtig, weil diese Verhaltensweisen finde ich sensationell. Und die tragen auch dazu bei, dass wir wirklich an einem Strang ziehen. Und auch mit unseren fantastischen Fans, weil auch die Aktion, als der Flutlichtmast eingeweiht wurde und vorher 3.000 Leute bei uns am Training waren, auch da nochmal eine klare Ansprache, was die Fans sich wünschen, was sie erwarten. Wir konnten es sehr, sehr gut umsetzen. Deswegen ist eine große Harmonie da. Und wir wollen schauen, weil das kann ein Faustfand werden bei unserer Mission Klassenerhalt. Und ich hoffe, dass wir natürlich vieles weiterhin zurückgeben können, weil es ist schon da was zusammengewachsen. Vom Rasen auf die Zuschauer, von den Zuschauern auf den Rasen. Und so kannst du auch die Liga halten. Sie haben den Torwartwechsel gerade schon angesprochen. Walter, nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig haben alle gesagt, Schalke steigt ab. Das war es. Wir haben den ersten Abstiegskandidaten sicher. Danach hat Thomas Reiß und Schalke ein anderes Gesicht gezeigt, auch weil man Fährmann wieder ins Tor gesetzt hat. War das der einzig richtige Schritt? Und was zeichnet Fährmann aus, dass er so viel Impact hat, dass es sich bei Schalke dann so dreht? Ja gut, Fährmann ist ein alter Schalker sozusagen. Einer, der noch vom Stammpersonal übrig geblieben ist. Er emotionalisiert auch die Fans. Er ist jetzt, vielleicht wird mich der Herr Reiß gleich korrigieren, nicht auf dem Niveau wie ein Manuel Neuer oder ein Attrapp zum Beispiel in Frankfurt. Aber er ist ein sehr guter Torwart. Und Schwolo war ja auch verunsichert, das konnte man sehen. Also dieser Torwartwechsel kann eine Initialzündung sein. Man muss aber auch sagen, Schalke hat ja gut eingekauft in der Winterpause mit Jens und Frey. Zwei wichtige Spieler geholt, die ja auch eine tragende Rolle spielen. Also so kommt alles zusammen. Und die Fans, das muss ich mal sagen, die Nordkurve hat früher auch gerne mal Trainer und Spieler aufgefressen, wenn die keine Leistung brachten. Das ging ja bis zu persönlichen Bedrohungen. Ich glaube, bei den Schalker Fans ist sehr viel passiert. Die haben eine realistische Einschätzung der Lage. Und solange die Mannschaft da unten kämpft, egal ob sie gewinnt oder verliert, aber solange sie kämpft und das Gefühl haben, die hängen sich voll rein, wird sie wie eine Wand dahinter stehen. Und ich glaube, wenn die Schalker bald in Hoffenheim spielen, dann wird es ungefähr so laut wie in der Schalker Arena. Das wird wahrscheinlich das erste ausverkaufte Hoffenheim-Spiel werden, weil da, ich weiß nicht, 20.000 Schalker drin sein werden. Herr Reiß, haben sich Ihre Fans einfach an den Abstiegskampf mittlerweile gewöhnt? Muss man das unterm Strich einfach so festhalten? Nein, im Endeffekt haben wir es ja gerade gehört. Sie haben eine realistische Einschätzung. Und ja, auf Schalke ist Maloche gefragt und die Mannschaft Malocht. Sie versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, versuchen wir alles am besten möglich umzusetzen. Uns gelingt das im Moment ganz gut. Wir sind ekelhaft zu bespielen. Wir haben das Moment noch auf unserer Seite. Wir haben es geschafft, öfter mal die Null zu halten. Danach haben wir es geschafft, mit Führungen umzugehen. Jetzt waren wir gestern in der Lage, sogar Rückstände wettzumachen. Und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Trotzdem darf man natürlich keinen Meter weniger machen. Wir müssen seriös bleiben. Wir müssen demütig bleiben, um unser Ziel zu erreichen. Weil wir haben es, wie ich vorhin schon gesagt habe, geschafft, wieder den Platz 18, oder alle drei Plätze sind wieder zu vergeben. Die ganze Zeit hieß es, der Platz 18 ist schon vergeben. Und das ist das, was wir positiv mitnehmen. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir nächste Woche in Augsburg, was auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, die auch sehr, sehr gute Arbeit machen, seit Jahren auch da vielleicht ein bisschen Schalke voraus sind, wollen wir auch bestehen und wollen unsere Ziele versuchen, auch dort zu erreichen. Jetzt haben Sie gerade selber Augsburg erwähnt und gesagt, dass Sie Schalke voraus sind. Ist Modell Augsburg, das kleine Augsburg, ein Vorbild für den großen FC Schalke 04? Ich denke, dass einige Vereine in gewisser Hinsicht Vorbild sein können. Man sieht ja, dass Augsburg auch jedes Jahr wird gesagt, sie steigen ab, sie machen das. Und sie sind seit zehn Jahren, machen sie eine fantastische Arbeit, auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und so geht es nicht nur Augsburg, es ist mit Mainz 05 so. Wenn man auch den SC Freiburg sieht, die mittlerweile in ganz anderen Gefilden sind, dann sieht man auch, wie eng und wie schwer es ist, in der Bundesliga einfach Fuß zu fassen. Gerade auch für Aufsteiger, auch wenn Schalke 04 natürlich ein großer Verein ist. Trotzdem waren die letzten Jahre ein bisschen wechselhaft und wir müssen schauen, dass wir Stück für Stück wieder vorankommen, dass wir eine Stabilität reinbekommen, dass wir auch in der ersten Liga bleiben über mehrere Jahre. Dann kann natürlich was entstehen und man kann sich solche Vereine meiner Meinung nach auf jeden Fall das Vorbild nehmen. Herr Reis, wir haben hier gerade das Programm, das noch auf Sie wartet, gesehen. Das heißt, Sie müssen noch gegen fast alle direkten Abstiegskonkurrenten spielen. Hertha, Hoffenheim, Stuttgart und Schalke, wenn wir diese vier Teams jetzt mal nehmen. Welches Team hat von diesen Vieren die größte spielerische Klasse? Auch das kann ja jeder seine Meinung äußern. Ich finde, dass alle Mannschaften zu Recht in der Bundesliga spielen. Es ist so, dass es immer Vereine gibt, die um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Jetzt sind es die Vereine. Ich sage, dass wir eine große Mentalität haben. Stuttgart hat eine sehr junge Mannschaft, auch eine spielerische Möglichkeit. Hoffenheim hat auch tolle Spiele, haben es über Jahre bewiesen, sind im Moment auch in einer Phase drin, die nicht optimal ist. Wir versuchen natürlich ein bisschen auszunutzen, weil ich denke, Schalke 04 weiß und kennt den Abstiegskampf. Ich denke, ich kenne den Abstiegskampf. Das kann irgendwo ein Vorteil sein. Und nach 34 Spieltagen werden drei Mannschaften dementsprechend die letzten drei Plätze innehaben. Und dann finde ich, muss man auch ehrlich sagen, egal welche Mannschaft das ist, nach 34 Spieltagen hat man gewisse Plätze auch dann verdient, weil vielleicht nicht alles optimal gelaufen ist. Und wir wollen schauen, dass wir zu diesen drei nicht gehören. Walter, wenn wir uns diese vier Teams jetzt gemeinsam angucken, welches Team hat für dich die größten Chancen, die Klasse zu halten? Oder welches Team darf sich die größten Hoffnungen zumindest darauf machen, deiner Meinung nach? Also es ist natürlich einfach zu sagen, weil Thomas Reis hier uns gegenüber sitzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der einzige Grund. Nein, aber nicht Thomas Reis, aber auch wenn er diese Lazarus-Nummer ja perfekt vorführt. Aber nein, wenn man die Leidenschaft sieht von Schalke, dann muss man sagen, die macht vieles weg, was der Kader vielleicht qualitativ nicht so hergibt im Vergleich zu der jungen Mannschaft von Stuttgart. Auch zugleich Hertha. Hertha hat ja nicht so einen schlechten Kader, aber irgendwas stimmt da nicht. Die gewinnen auswärts gar nichts und zu Hause auch nicht, wie man gestern gesehen hat. Und bei Schalke, da ist ja ein Schwung, wenn man sich mal die Rückrundentabelle ansieht, wo Schalke da steht, dann muss man sagen, Wahnsinn. Und das ist der aktuelle Trend, der Richtow weg vom Abstieg zeigt. Das muss man klar sagen. Das ist die Rückrundentabelle übrigens, die wir hier sehen. Und da ist Schalke nicht auf dem vorletzten Platz. Wenn wir uns die Rückrundentabelle anschauen, das war die richtige Tabelle. Da war Schalke noch vorletzter. Aber in der Rückrundentabelle, Herr Reis, ist Schalke 04 auf Platz 7. Ist das, wenn man sich jetzt zumindest diese Rückrundentabelle anschaut, ein weit entferntes Ziel, wenn man auf diese Tabelle blickt, wo man sagt, eigentlich gehört Schalke doch dahin? Ja, können auch viele sagen, eigentlich. Im Endeffekt ist es nicht so. Und deswegen tun wir gut daran, erstmal die Realität einzuschätzen. Die bedeutet im Moment, dass wir halt in der Tabelle auf Rang 17 stehen. Und wir haben es in der eigenen Hand, noch dementsprechend zu klettern. Wir wollen natürlich, dass das Ziel erreichen, den direkten Klassenhalt, was noch sehr, sehr schwer wird. Sollte es im Endeffekt dann irgendwann die Relegation sein und man bekommt vielleicht zwei Bonusspiele, um auch die Liga zu halten. Ja, vielleicht ist es dann auch so eine Sache, wo man sagt, okay, die nimmt man dann auch ran. Aber solange wir die Möglichkeit haben, direkt in der Liga zu bleiben, wollen wir alles nutzen. Und wie gesagt, das Momentum ist im Moment auf unserer Seite. Wir müssen schauen, dass wir mit harter Arbeit, mit seriöser Arbeit, mit dem Willen, wenn man auch gestern, Sie haben es ja angesprochen, gesehen hat, die letzte Aktion, wo Henny Matriciani da nochmal in den Ball reinfliegt, wo Dortmund nochmal eine Riesengelegenheit hat. Das ist das, was die Mannschaft einfach gelernt hat in allen Mannschaftsteilen. Das beginnt vorne im Sturm, übers Mittelfeld, über die Abwehr. Jeder verteidigt das Tor mit aller Macht. Gestern ist es uns zweimal halt nicht gelungen. Dortmund hatte auch noch ein paar Gelegenheiten, wo wir dann mit Ralf Fehrmann einen Torwart hatten, der auch dazu beigetragen hat. Und auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir auch unser Ziel erreichen. Nun herrscht der Alkoholverbot gestern im Stadion wegen des Derbys. Mussten denn Ihre Spiele alkoholfrei feiern in der Kabine? Ich denke, dass die Jungs auch mal so ein Spiel genießen dürfen. Und wenn sie jetzt mal einen Schluck Alkohol trinken würden, habe ich mit Sicherheit nichts dagegen. Weil sie wissen, das auch reinzuschätzen. Es tut einfach mal gut, dass man, wie gesagt, auch den Fans ein bisschen was zurückgeben konnte, weil die Saison sehr, sehr schwierig ist und weiterhin schwierig sein wird. Und wenn man so ein Spiel gestaltet, wenn man zweimal zurückkommt und einen Punkt gegen Borussia Dortmund holt, dann ist es natürlich auch mal erlaubt, mal kurz sich zu freuen. Aber am Montag beginnt die Arbeit vom Neuen und wir bereiten uns auf Augsburg vor. Und wenn wir am 34. Spieltag das erreicht haben, wo wir alle von geträumt oder geträumt haben, im Moment dürfen wir auch weiterhin träumen, dann denke ich mal, dann dürfen sie auch mehr trinken. Nach unserer Investigativrecherche hat sich ergeben, dass zwei Kästen echtes Bier wohl in die Schalke-Kabine geschmuggelt, transportiert wurden. Wie auch immer, haben sie verdient. Schmuggeln muss man ja bieren nicht. War das so, Herr Reis? Das weiß ich nicht. Und wenn würde ich es natürlich nicht hier offen kommunizieren. Also ich habe nach dem Spiel, denke ich mal, genug zu tun gehabt mit den Medien, weil es halt ein besonderes Spiel war. Sollte der eine oder andere was getrunken haben, habe ich ja auch gesagt, wäre es auch erlaubt gewesen. Und die Jungs wissen das ja sehr gut einzuschätzen. Und wie gesagt, manchmal muss man dementsprechend auch mal zusammen ja auch was feiern, auch wenn es in Anführungszeichen, es hört sich jetzt arrogant an, aber nur ein Punkt war. Aber dieser Punkt kann Gold wert sein gegen eine tolle Mannschaft. Und wie gesagt, wir arbeiten sehr hart und dann darf man sich auch mal gemeinsam zusammen freuen. Und sollte der eine oder andere Flasche an mir vorbeigegangen sein, dann war es gestern auf jeden Fall genehmigt. Zumal es ein Punkt war gegen einen Meisterschaftskandidaten. Das muss man ja auch nochmal betonen. Herr Reis, wir können Sie natürlich hier bei Lage der Liga nicht entlassen ohne Stimmt oder Stoß. Wir haben zwei Thesen für Sie vorbereitet. Die werden wir Ihnen gleich sagen. Und dann dürfen Sie mit Stimmt oder Stoß antworten und das natürlich erklären, wenn es denn einer Erklärung bedarf. These Nummer eins lautet, Thomas Reis würde mit Schalke auch in die zweite Liga gehen. Ist das eher Stimmt oder eher Stoß? Es ist erst Stoß, weil wir jetzt noch die Möglichkeit haben, die Liga zu halten. Und mein Anspruch ist es, mit Schalke 04 nächster in der Bundesliga zu spielen. Aber wenn es denn doch so käme, Sie würden es tun, oder? Um die Frage nochmal ernsthaft zu stellen. Ja, ich habe mich vertraglich dementsprechend an Schalke gebunden. Ich glaube, dass der Peter Knebel auch deutlich gesagt hat, wie es mit mir weitergehen könnte und weitergehen wird. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass wir diese These im Endeffekt nur für die erste Liga gebrauchen können. Und ich will in der ersten Liga bleiben mit der Mannschaft und wir werden alles dafür tun, gerade mit unseren Fans auch im Rücken, um die Liga zu halten, weil erste Liga ist schon was Besonderes. Stimmt oder Stoß? Die zweite These. Thomas Reis wird der erste Trainer, der bei allen drei Ruhrpott-Bundesligisten, Bochum, Schalke und Dortmund gearbeitet haben wird, am Ende seiner Karriere. Stimmt oder Stoß? Das ist natürlich eine sehr, sehr gemeine Frage. Ich meine, ich darf jetzt bei zwei Vereinen arbeiten, oder zumindest habe ich in Bochum gearbeitet. Auch da war es ja nicht unbedingt jedermanns Sache, dass ich auf Schalke gewechselt bin. Im Endeffekt mache ich mir darüber jetzt erstmal keine Gedanken. Ich bin froh, dass ich bei Schalke 04 Trainer sein darf, dass ich ein tolles Umfeld habe, einen tollen Verein, einen Riesenverein. Und wenn es nach mir geht, würde ich auch gerne die nächsten Jahre hier verbringen. Sagen Sie doch einfach nur Stoß. Schwarzgeld würde ich nie tragen. Herr Walter ist dafür bekannt, gemein zu sein, Herr Reis. Ich höre nichts. Ja, das ist auch völlig egal. Ich bin Trainer von Schalke 04. Wie gesagt, ich bin stolz, Trainer von Schalke 04 zu sein. Und wenn ich die nächsten Jahre, man wird ja dann irgendwann auch mal nicht jünger, wenn ich die nächsten Jahre hier auf Schalke bleiben darf, dann denke ich, man hat sich das auch erübrigt, um nochmal Trainer bei einem anderen Ruhrpott-Verein zu werden. Aber eine kleine... Raus und Mamser in Dortmund auch, nochmal, sie haben einen tollen Trainer und deswegen wird sich da nie die Frage stellen, weil ich bin jetzt Königsblau. Apropos toller Trainer, eine Nachfrage zu Schwarz-Gelb habe ich tatsächlich noch. Wenn wir jetzt den Zweikampf an der Tabellenspitze betrachten, darf man dann als Schalker Trainer Dortmund die Meisterschaft wünschen oder denken Sie, Bayern macht es am Ende? Ja, das sind ja immer Fragen. Ich weiß, dass die Rivalität sehr, sehr groß ist. Auch da sage ich, wer nach 34 Spieltagen die Meisterschaft letztendlich erringt, der hat es auch absolut verdient. Wir wünschen uns ja immer, dass die Meisterschaft möglichst spannend ist, weil Bayern natürlich das Nonplusultra ist. Auch da kann ich immer nur wieder meinen Hut vorziehen, wenn ich einen Hut auf hätte, was sie jedes Jahr in allen Wettbewerben für Leistungen bringen. Nie müde werden, weiterhin Titel zusammen und ich finde es eigentlich als Unparteiischer, finde ich es schön, wenn der Meisterschaftskampf möglichst spannend bleibt. Weil ich glaube, das ist auch das, was Deutschland so ein bisschen nachlässt und wer letztendlich am 34. Spieltag Meister wird nochmal, der hat es verdient. Genauso, wenn es drei letzte Plätze gibt, die haben es genauso dann verdient, da zu stehen und deswegen freue ich mich auf einen weiteren offenen Kampf um die Meisterschaft. Herr Reiß, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Damit sind Sie von den gemeinen Frankfurter Straten und mir entlassen. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Danke, tschüss. Vielen Dank, schönen Sonntag noch.